So Leute, was geht? Willkommen zu dem neuen Video mal wieder. Heute ein bisschen Arena-Gameplay und wir reden aber hier auch über FNCS. Ansonsten gibt's heute im Intro nicht viel zu sagen. Also auf jeden Fall noch den Kanal abonnieren, falls ihr noch neu seid. Und vergesst auch nicht den Support-Creator-Code im Itemshop. Einfach dafür Code ROPNIK, wenn ihr mich noch extra unterstützen wollt. Also danke da nochmal an jedem, der mein Code benutzt. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem Video. Also, viel Spaß. Leute, ich hab alles. Lass mal weitergehen direkt. Ich hab wirklich alles. Ähm, irgendwas wollte ich sagen? Ich hab's vergessen jetzt, weil alles laut war. Warum hast du auf EU eigentlich FNCS nicht so gespielt, hm? Warum? Dann hätten wir jetzt einfach am Mittwoch diesen Anwärter-Cup gemeinsam spielen können. Ja, hast recht. Ich wurde aber auch geistgegangen oft gefragt, warum ich den FNCS nicht gespielt hab die letzte Woche. Ich wurde aber ab und zu gefragt, ob ich Heat-Squad bin. Das war ein bisschen krass. Weil, ähm, ihr müsst euch das so vorstellen. In Woche 1 und 2 kombiniert haben K. und ich 0 Serious Points geholt. Weil man hat erst ab Top 300 bekommen. Ich glaub, wir waren einmal Platz 320 und einmal Platz 350 oder sowas. Haben wir aber 0 Punkte bekommen für zwei Wochen spielen. Deswegen... Ey, mach doch nichts. Das nächste FNCS spielt besser. Hier fiel jemand. Und dann? Ja, gegen den Dürr. Wo haben wir es in zwei? 50, 90 auf die Tomate. Tot die Tomate. Jo, nice. Ja, nice. Ja? Top eingespielt. Kurz 5 Sekunden, 10 Sekunden, das haben wir gut. Damit ich die ganze Lage nochmal kurz erklär, was denn da überhaupt das los war mit FNCS. Dritte Woche hab ich ja nicht gestreamt. Ich hab's auch offstream nicht gespielt. Ähm, weil K und ich haben uns da gesplittert. Das hat er gemerkt. Das hab ich gemerkt. Dass das nicht läuft. Dass wir beide nicht zusammen spielen wollen weiterhin. Das haben auch viele im Chat gemerkt oder in den YouTube-Kommentaren, dass das nicht gut läuft. Sind einfach von Grund auf, denk ich mal, zwei verschiedene Leute vom Spielstil und so. Also auf jeden Fall. Wir kamen zusammen nicht gut klar. Ist aber alles entspannt. Also gab gar keinen Stress oder sowas. Wir spielen einfach nur nicht zusammen. Und da dachte ich mir für die letzte Woche, ähm, da hab ich jetzt halt meinen Geburtstag, sag ich mal, nachgefeiert noch mit Freunden. Am Freitag. Und dann hatte ich halt da halt mehr Bock drauf als FNCS. Weil ich FNCS eh nicht mehr hätte callen können. Wir hatten neul Punkte. Das heißt, Heats und Finals hätten wir sowieso nicht mehr geschafft. Und dann haben wir's einfach komplett gelassen. Deswegen hab ich FNCS nicht gespielt. Nur damit ihr einmal Bescheid wisst. Das heißt, FNCS für die Season bleibt für mich vorbei. Und in der nächsten Season dann hoffentlich mit einem Mate, wo man eingespielt ist wieder. Dass man nicht erst eine Woche vorher noch gedroppt wird. Das ist mein Statement zu FNCS. Hey, das war ein geisteskranker Fightmeter heavy, ne? Ich war jetzt auch mute, aber ich hab die komplett geballert. Nice. Und ich hab fünf Replays, hab keine wohlbekommen. Du hast das geil mitbekommen, ne? Wo du die von oben Replays hast, hab ich einfach an die Seite einen Cowcatcher geworben und dann 170er Headshot. Da war ich genau auf der Box über dem. Ich hab gesehen, wie ich auf einmal so ein Pandic angefangen hatte. Aber der wusste gar nicht mehr, was jetzt abgeht. Vor allem war 170 mit der Pumpe. Irgendwie, ich habe jetzt eine ganze Zeit lang viel so Deutschrap und sowas wieder gehört. Weil jetzt bin ich momentan voll wieder in so 2019 Abidab oder sowas. Hör auf einmal so Chalice und sowas wieder. Digga, aus dem Nichts. Ich bin komplett wieder in so Old Songs 2005 und so'n Scheiß. 116. Servus. Ein AP oder so. In meiner Box. Wo ist der Mann hier reingeklettert? Die kommen jetzt vor... Ja, das bockt im Weg. Jo. Ja, der hat Bock. Darauf funktioniert Dex, schau'n. Ja, wo baute er eigentlich hin? Weiß ich, der macht irgendwie die Tarp. Dann er hat mir ein bisschen... Ja, ich bin auch null im Game. Ich auch nicht. Aber beide minus 80. Ich bin komplett unangestühlt. Mich dreht's komplett. Was die Mechanistik gerade angeht. Was macht der da? Crack der Mate. Jo, nice. Wenn er nicht wieder weglaufen würde und ich weiß nicht was machend. Ja, das ist doch schade. Ach so, da bist du einfach unten drin. Ja, jetzt hätte ich gerade lieber keine Heavy Pump eigentlich. In so einer Situation. Jo, ich kann das spielen. Ich flog. Ja, wir kommen auch zu dir. Warte. Es kracht. Vielleicht 70-mal, 1880. Hast du einen? Geist du mal Mann? Hast du einen? Nee. Alter, beim Mühe ist der Stinker. Ach Mann. Blatt, habt ihr einen? Nice Stinker Gang. Ey, ich kann das Spiel nicht mehr. Hilfe. Ey, Bruder, wir warten halt. Ja, ja. Klar. Wo willst du hin mit deinem Redeploy? Wo gehst du hin? Ach du Scheiße, flieg näher. Hin. Hab ich mir auch anders vorgestellt eigentlich. Ich dachte nicht, dass er seinen Redeploy auf einmal loszieht. Oh, danke. War noch ein Prank. Eigentlich wollte ich mich auch nicht entschuldigen. Ey, der Typ dann ist richtig scheiße. Geht auf den da. So zwei. Oh mein Gott. Der Eiszeit. Das ist kein Team. Es sind zwei. Was macht denn der hier eigentlich? Hat denn Knacks? Hallo? Vielleicht kommt da sein Teammate. Egal, ich rieche das doch. Mist. So ein Teammate. Hä, der schießt sein Teammate an? Ey, es sind auch zwei verschiedene Teams. Ich bin 1HP. Er ist Fahrprofi, glaube ich. Ist er weg, oder? Na, ist er. Und runter? Ich hau mir einen runter. Er hat null Abhängen, ja. Habe ich so ganz verstanden. Und dann ist der Mail tot. Nein, ist da runter da. Bin am Heeren. Controller zwei. Das sind auf einmal zwei. Ich dachte, das ist einer. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ja, aber jetzt ist die Frage, wie überlebe ich jetzt? Soll ich einfach straight reinfliegen, mich nocken lassen und du holst mich wieder? Ich werde halt safe. Ich glaube, ich hemmte dich keiner ab. Ja, ich habe mir Slapdruck genommen per dich. Okay, das war weg, das Slapdruck. Wie, der war doch gerade nur da. Ey, da hat sich jemand eingebaut. Der hat den gerade eben erst geholt. Oh, nettlich funktioniert das hier nicht. Ach, scheiße. 30 insgesamt. Icy Slide. Icy Fire. Tot. Amp oder so. Ja, geil. Oh, Icy Slide wieder. Ich hoffe, ich meine Box hier. Ich habe nur Steifen. Egal, die Box ist super. Der hat einen Hammer gejobbt, oder? Und dann, und dann. Achtung. 30 ist hier außen, hier. Zuge einschwert. Nice. Andere, Puppies, hier. 60. Ah, schön. Ey, super, wir sind wieder volle Club, lass die Runde gewinnen. Wir sind komplett... Tag hier. Alter, geil, ich gehe nach links hier. Was macht er da? Ja, die waren jetzt nicht vorne, die sind da. Gefahren, Profis, so gefährlich, ne? Hallo, ist gefährlich. Nee, ich kann nicht hier nix. Hörst du nach drin? Gut, gehen wir rein. Kaputt. Kaputt. Ja, es ist mich aber auch, danke, Büro. Okay, geht an. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ich glaube, ich habe jetzt noch in den Sonnen reinhauen. Über die Samra, komm runter, Achtung, Achtung, Red Knight. Ja, der wird wütend sein, ich glaube, das wird kein Rest. Hast du Bicke Konnis? Du? Geiler Hammer. Das ist so gut. Hier, Splash bitte. Nee, Splash schon meine, ich mache meinen Splasher. Richtig. Loll, ich stirbst jetzt noch einmal in dem. Einmal ist in Ordnung, aber zweimal im Gleichen sterben ist peinlich. Nummer 60. Es ist der letzte, hä? War letztes, oder? Stand da vor, ich habe vier Leute am Leben. Nein. Ja, vier Leute, dann hast du seinen Make-A-Kill und dann waren es noch drei anderen, wir beide und der ja. Okay, GG. Dann ne Borger geloot. Ja, schade, Lack 19. Du hast, glaube ich, nicht so Lack gehabt beim Lampen. Du bist down. Und er hat ne Pump neben mir, da bin ich weg. Nee, er läuft, er läuft, er läuft noch unter mir drin. Hat einen Hammer gefunden, ja. Ich habe auch einen Hammer gefunden. Ist hier drin, wir müssen ballern. Ich bin drinnen. Gut, wo? Wow, er nimmt schon ab mit Predator los vorne. Oh, mein Flow hat noch. Oh, mein Flow hat noch. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das ist hinter mir zu one. Nein. Der Heavy Pump kassiert. Ich bin da, ich bin da. Ich brauche mich hier mit dabei. Ich bin auch Heavy Pump, der Heavy Pump. Habt ihr seit zehn Jahren hinterher, ne? Und bekommt die ganze Zeit nur aus dem Maul deswegen. Ja, ich glaube im Kreis. Ich habe ganz kurz ein BGG, Robin. Kannst du kurz überlegen? Ich bin komplett in der Box drin. Nein. Ach du Scheiße. Ah, nicht sterben. ich habe einen hier sind noch zwei das stinkt mir auch gerade weil ich nicht bauen konnte das hätte ja so perfekt werden können eigentlich ach der night sein der stinker das war es komplett eigentlich bitte 70 ich glaube ja ich glaube den videos anschließt nachdem haben ist alles aber wo geht es hin für ihn bei mir runter diese paar also hier langsam reicht in der burg habe die fährte aufgenommen das ist im haus dann pampel muss leer das wusste ich nicht aber ein schuss ja aber der ultra also den spaß seines lebens oder so glaube ich weiß auch nicht was da los war das sind die von weg gerade sind wir noch mal ganz gut zu sterben im buchstein ich mache ein paar teures so ist kracht weiß nicht bei dir 60 130 über dir ey diese heavy pump ich kann mich nicht anfreunden mit der das geht nicht weißt du wo der andere ist der war feiert ich bin so ein netter team mit ja da kommt jemand durch die stadtmitte da kommt jemand durch die stadtmitte da kommt jemand durch die stadtmitte ja was braucht er alles komplett gemüsst fragt mich wie ab in den busch er ist unsichtbar im busch ja aber es ist doch scheiße weil meine scheiß pampel ist doch nicht dabei ist na wie dumm ist er bitte dass er drinnen landet ist mir hier gerade zu stressig ja mir auch was auch aber du mir plötzlich warte aber warum waren die scheiß pampel ich bin fast an den typen mit der pistole gestorben wir haben so einen plan ich glaube ich gehe da jetzt rein aber ich gehe da mit rein ja wir sind besser mit ach du dich ja digga mann ist das alles ich werde von denen geschossen auch warum wollt ihr meine box jungs das kann es nicht sein wirklich 130 crack geht es dir gut hört 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 an dieses nervt wir haben alle weg fünf leute von dem luke weg ich bin da ja zusammen ja weiß nicht was die abgeliehen fünf drei wände wir müssen gleich weg haben wir zusammen ich mach los geht's oh mein gott was was los alles gut an die scheiß buschcamper ehrlich ist das so schlimm das mal vielleicht du hast du mir nicht noch bekommen eine zweite box 20 die loser gutes team play flow ja jetzt machen ruhig ich muss nachladen ich muss nachladen machen passiert alles gut er will komplett weg und down ich habe ein bisschen gepanickt augen zu er kommt immer noch zu ich habe sogar noch einen hier den hier wie findest du den er will weg neues team neues team neues team neues team 30 beide ein hat einer left nicht nein was macht der nein er ist auf der treppe oben ich bin 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 es nervt es nervt es nervt alles es nervt alles so sehr es nervt so sehr dass diese pump die ist ne ne weißt du die pump ist halt nicht so scheiße wie die ganzen die wir in chapter 3 hatten aber die lädt 10.000 Jahre nach jedes mal es nervt wenn die einmal raus hast du so ein problem was noch mal noch ja nicht schon mal geht ich gehe nicht an den loll jetzt ja, nein ich bin dort nett 61 hole ich hier zum baum��세요 habe ich gemacht euch aber weg haben wir gerade noch einen ja aus der 2 Okay, Robin. Das ist K-Player. Der ist ja hinter irgendwo. Aber hauptsache es gibt mir wieder den besten Pump, ne? Ich mach wieder 40. Ja, lass die doofdödel da oben jetzt fighten. Oh mein Herz ist jetzt ultra leise geworden gerade, für gar nichts mehr. Oh mein Gott Flo. Ja, ich bin da. Halb einem 3, 2, 1. Warte, ich muss bezahle Warte. Ich muss bezahle Warte. Ich muss bezahle Warte. Tracks. Tracks. Full Peace. Wir haben 30 wieder. Also das ist gefahren. Das ist krass, weil ich einfach komplett nachladen muss. Wie kann das deine Wall sein? Ich drehe es. Hey. Ich mach alles auf. 3, 2, 1. Ich werd runtergegabbert und misst es wegen meinem Pump. Schade, Mann. Neues Experten-Duo neben uns. Ja, ich bin vor 30. Bin drin. Ey, mein Elementar schließt nicht auch drauf aus. Das trickert mich ohne mal. 50. Weg. Ah, so will ich nicht jetzt, ne? Ja, mein Maid brauche ich auch wieder zu. Da. Zum Glück hast du Gefahren Profi, oder? Zum Glück habe ich nerven aus Stahl. Ich geh dazu, wenn man auf den. Alter. Klo. Oh mein Gott, zum Glück lebe ich. Gar kein Bock ist zu sterben. Natürlich muss der da hinten Fenster aufmachen und dann rein sprain. Ist sehr nervig. Den hole ich jetzt. Komm, komm. Nice. Der Pump ist wieder leer. Das ist der Anlage, das ich überhaupt habe. Hast du die Leere da unten da? Das ist der Anlage. Ich mach das Hammer. Ich mach das Hammer ohne Lee. Das sind Trollen. Oh. Hammer ohne der Pump, den Räger. Ja, das war Routine einfach. Weißt du, das kann... Ey, aber Furry Bomb. Das ist big. Geile Runde. Seit wann? Seit wann kann man eigentlich, nachdem man gewonnen hat, sich nicht mehr bewegen, nicht mehr bauen und gar nichts mehr machen? Ungefähr seit zwei Monaten. Seitdem neues Chapter da ist. Achso. Aber das ist halt so, wenn man nicht hoch spielt, dann ist das halt so. Ja, das kann man ja nicht wissen.